Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Zahngesundheit. Ich möchte was ankündigen. Diejenigen von euch, die mich ja schon ein bisschen länger verfolgen, auf meinen unterschiedlichsten Kanälen, im Newsletter, Instagram oder hier auf dem YouTube-Kanal, wissen ja, dass ich mit Dr. Karin Bender-Gonzer zusammenarbeite. Wir haben ja zusammen einen Online-Kurs gestartet zur holistischen Zahngesundheit. Da wird ja auch noch ganz viel mehr in diesem Jahr hier entstehen. Aber was ich hier jetzt für euch als Bonbon hier auf dem YouTube-Kanal habe, ist, ich werde so eine Interview-Reihe mit der lieben Karin starten, wo wir hier auf dem Kanal in kurzen Interviews, kurzen Sequenzen, so einige Themen uns immer mal wieder zur Zahngesundheit, zum Thema, ja, wie kann ich mich selbst da heilen, wie kann ich mich selbst unterstützen, was natürlich nie, und das sei bitte auch noch mal ganz dick in roten Lettern unterschrieben hier, davon abhalten soll oder gar einen Besuch beim Zahnarzt ersetzen soll. Also wir geben hier einfach nur Aspekte und Impulse, wie man sich selbst einfach helfen kann und wie man, ja, Karies vielleicht auch ganz verhindern kann oder selbst da schon mal ein paar wesentliche Aspekte setzen kann, auch bei Wurzelentzündungen, Zahnfleischentzündungen, Parodontitis oder Kiefergelenksbeschwerden haben ja auch ganz viele ein Thema mit, die so eine Spange tragen, bin ich Gott sei Dank verschont von. Ja, und zu diesen unterschiedlichsten Aspekten wird es in der nächsten Zeit hier ganz spannende Interviews geben, wo wir uns ganz besondere Themen einfach raussuchen und das wollte ich jetzt heute hier einfach schon mal mit dir teilen. Wenn du zwischenzeitlich schon mal, falls du Karin noch nicht kennst, auf ihrem Kanal vorbeischauen möchtest und mal schauen möchtest, was sie denn da alles an spannenden Informationen und vielfältigen Themen da bereithält, ich verlinke dir den Kanal hier oben links in der Ecke oder rechts, links, egal und auch unten nochmal in der Infobox, dann schau gerne zwischenzeitlich mal in ihrem Kanal vorbei und schau mal, wie vielfältig Karin da einfach und wie vielen hilfreichen Themen sie da einfach auch aufgestellt ist, um dich da zu unterstützen. Das war so mein Ankündigungsvideo zu den künftigen Interviews, die dann mit Karin hier folgen werden. Und ja, das war es dann eben auch schon für heute. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, viel Freude jetzt auch vielleicht beim Anschauen und Schmögern auf Karins Kanal. Schick dir eine ganz liebe Umarmung und sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Irmgard.